Servus Leute und willkommen bei einem neuen Video von DBE Supercard. Es ist natürlich wieder King of Swing Zeit und eine neue People's Champion Challenge beginnt am Donnerstag mit Ryback vs. Kevin Owens. Redet deine Seite und gewöhne großartige Belohnungen. Genau, das hat heute auch angefangen. People's Championship, Champions Challenge. Gehe ich später darauf ein. Jetzt gehen wir erstmal auf den King of Swing von Season 1. Da bin ich im Trüdenfinale ausgeschieden. Was kriegen wir da? Eine epische. Okay. Da ist da. Und da vertrainieren wir wieder. Damit wir mal da auf Survivor kommen. Und da ist er. Episch. Ich glaube, da sind wir immer noch nicht auf Survivor. Naja, scheiße. Na gut. Dann fangen wir damit wieder an. Halt. Ich glaube, ich habe doch... Achso. Nee. Okay. Gut. So, dann gehen wir auf Season 1. Dann bin ich auch im Trüdenfinale ausgeschieden. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Okay. Very fun. Ja, freu ich auch nicht. So, dann gehen wir mal... Oh, nee. Stop. Stop. Wir kriegen noch mal rein. Äh, automatisch drin. So. Jetzt. Glaube ich. Tauschen wir die. Machen die Biobrella rein. Achso. Tauschen die. Machen die Biobrella rein. Genau. Und tauschen die. Spiele Page. Genau. Doch, viel besser. So. Ja. Ah, es wird langsam. So, dann beginnen wir. Jetzt gehen wir da raus. Also. Ich bin jetzt bis jetzt 50.272. Ich habe aber noch nicht so viel gespielt. Erst 23 Punkte. Ähm, ich will gerne... Also ich habe einen Y-Bag genommen. Und ich glaube, Y-Bag gewinnt. Also müssen wir uns auf diese Seite hier, äh, umschauen. Also auf die rechten. So. Das ist alles zu schwer für mich. So, hier. Ein Roman Vance auf Episch. Wäre natürlich nice. Oder hier nochmal auf Episch. Bis 31.000. Also ich glaube, das schaffe ich hier nicht. Bis unter 18.000. Glaube ich nicht. Ich werde mich hier einfügen. Bei denen. Also zwischen 18.000 und 25.000. Und das Geile ist ja, wenn ich bisher hinkomme, habe ich einen South Warlands auf Ultrasäten. Oder hier bis 63.000. Weil... Weil... Im Anmeldungsbonus ist ja ein 28-Tages-Tag-South Warlands. Und dann hätte ich meinen ersten Pro für... Als Ultrasäten. Also noch vier Tage. Das wäre natürlich cool. Genau. So. Ähm. Ja, das war's dann erstmal. Und... Genau. Und wir werden uns dann beim nächsten Video hoffentlich wiedersehen. Bis dahin. Bleibt dran. Bis dann. Euer Staffo. Servus.